Ja, Freitag, der 26. Juli 2019 und willkommen zu einer Special Edition des Fortnite Daily Shops. Und ich würde sagen, wir jumpen mal rein, denn wir haben eine kurze Aktualisierung bzw. eine Kleinigkeit neu bekommen. Und wir schauen mal rein. Also zum einen ist der Marshmallow wieder drin für 1500 V-Bucks. Also, wer sich hier noch nicht gegönnt hat, hat jetzt nochmal die Chance, den zu holen. Der ist nochmal drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Bezug auf den World Cup irgendwie so gemeint ist, dass der wieder drin ist. Auf jeden Fall ist er wieder drin. 1500 V-Bucks. Und wir haben natürlich seine Special Sachen noch mit drin. Zum einen den Mellow Rider, der übelst, übelst, übelst nice ist. Dann der Marshwalk für 500. Übrigens, sorry, falls ihr meinen Ventilator mit da gut hören solltet. So, und dann was Neues reingekommen ist. Und zwar die Mellow Mallets. Also, Doppel-Pick-Axt, 800 V-Bucks. Und ihr hört schon, ihr spielt so diese Melodie von Marshmallow. Das ist schon geil. 800 V-Bucks. Und die haben auch hier so einen Effekt drüber, oder? Ja, die haben so einen leuchtenden Effekt drüber. Ist schon geil. 800 V-Bucks kann man sich schon mal gönnen. Doppel-Pick-Axt auf jeden Fall. Mit Sound dabei, was ja auch richtig nice ist, muss ich sagen. Ich denke mal, die werde ich mir auf jeden Fall mal gönnen. Erstmal die Mellow Mallets. Also, ihr könnt gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall heute Nacht nochmal einen Job geben. Hier nochmal die Übersicht. Hat sich nichts getan, außer halt Marshmallow. Und jetzt die Mallets, die reinkommen sind, im Grunde, das ist das Neue, was drin ist. Also, wer da zuschlagen möchte, kann das gerne machen. Ansonsten sehen wir uns dann in ca. 6 Stunden wieder. Denn dann gibt es natürlich den neuen Shop. Ist ja klar. Und könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, was ihr davon haltet, von dieser kleinen Aktualisierung. Ob man sowas öfter machen sollte, oder was ihr generell von der Zeit haltet, würde mich mal interessieren. Weil so eine Zeit wäre auch nicht schlecht, muss ich sagen, für den Daily Shop. Aber ja, wie gesagt, heute Nacht wieder mit einer regulären Episode. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da, lasst gerne einen Zap da. Unterstützt mich gerne mit dem Credit Code, wenn es snipst. Und dann hören wir uns morgen, beziehungsweise heute Nacht, zur neuen Episode. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.